Geh voran! Der will uns doch verarschen, oder? Ne, 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 ne. Na, was müssen wir jetzt tun? Äh... Irgendwas kaputt machen bestimmt. Irgendwas müssen wir immer kaputt machen. Hm. Die Verwirrung ist groß. Sie wächst, sie wächst. Vielleicht hier oben irgendwas, hm? Äh... Das gibt's doch nicht. Das glaubt mir niemand, dass ich das schon öfter als einmal durchgespielt habe. Ne, das glaubt dir echt keiner. Ah. Du bist richtig. Ne, du bist falsch, ich bin richtig. Möglich, weil ich das Spiel verdrängt habe. Und es nie wieder... ...haben wollte... ...wissen tun. Haben, wissen, wollen, tun. Aber! Nicht dein Ernst! Eins haben wir, oder? Ja, eins haben wir. Und das zweite müsste jetzt rein theoretisch grad in eine andere Richtung sein. Oh ne. Und deswegen kommen wir davon aus zwei große Viecher. Ich hab jetzt keinen Bock auf das große Viecher. So. Der eine ist schon mal weg. Der zweite... Auch gleich. Ja. Auch gleich. Ja. Auch gleich. Glaubst du das? Das ist aber schön, dass du daran glaubst. Das ist gesunde Optimus Muschali. Das lob ich mir. Ich mag ihn nicht, gell? Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn auch nicht. Wirklich so. Ja, gell? Erst freest er und dann labert er was für ihn gesund. Oh, leck die... ...die... ...Möse. Leck, 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 leck die... ...Möse. Ach. Irgendwann ist's auch gut, ja? Irgendwann... ...reicht's auch mal. Ja, irgendwann reicht's auch mal. Sag ich ja, die ersten paar Level sind... ...fasch keine Gegner... ...ja... ...letzte... ...zwei Level. Die sparen mich alles auf. Nur noch. Nur noch. Gegner gesperrt. Nur noch. Das ist doch nicht mehr menschlich. Du weißt ja schon gar nicht mehr, was du eigentlich machen sollst. Weil du einfach so viele Gegner hast. Eben. So. Mach's aus. Wo ist's denn? Du musst irgendwo auch hier vorne ist, doch? Wo? Was? Ah, okay. Versuchen wir die Türsteuerung zu überbrücken. Zum Kern. Ich glaub, wir müssen jetzt davor, oder? Ja. Wir müssen ja immer noch die Tür öffnen. Ah, da ist er ja. Da wartet er schon. Guck mal, er hat nix gemacht. Er hätte wenigstens die Dinger schon mal kaputt machen können. Was? Nummer eins. Zwei. Und... ...drei. Die wollen bei mir nicht kaputt gehen. Ich glaub ich zu blöd, hm? Nee, mit der Pumpkant draufschießen. Ist nicht so... Nicht so ne Polizier, hm? Sehr gut. Ist halt nicht diese Präzision. Oh. Ist ganz zufällig. Ja. Ja. Aber... Tschüss. Wir sind dann mal wieder alleinig. Ja. Jetzt kann Charlie wenigstens schon mal nimmer friessen. Die Nachricht ist für meinen Mann. John. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. John. Tut mir leid, dass ich dich fortgeschickt habe. Ich hab geglaubt, es gibt eine Chance. Ich... Wollte einfach daran glauben. Aber... Nachdem ich deine Nachricht gehört habe... Ich wollte nicht, dass du gehst. Es war ein Fehler. Es tut mir leid. Mit Zeck geht es gut. Hier ist ein Arzt. Er hat ihm Medizin gegeben. Er hat hier andere Kinder zum Spielen. Er vermisst dich. Er vermisst dich. Tja. Gone forever. Weißt du, jetzt kommt sie mit so ner Scheiße erst hier. Nö, hier, mach mal. Und jetzt... Ich hab mich voll sicher. Kapitel 20. Das Versprechen. Wofür sind Versprechen da? Um sie zu brechen, mein Freund. Ja, richtig. Munition, alles aufsammeln. Alles nehmen. Alles. Auch wenn man es nicht braucht, alles nehmen. Der Kern. Oh mein Gott, jetzt werden wir gleich wieder mit Gegner zugespampt. Mhm. Das erinnert mich so... Das ist zwar ein blödes Beispiel, aber wenn du in so nem Kinderparadies in so ne... Bunte Kabine voller... Plastikbärchen geworfen. Und dass die Plastikbärchen bis auf die 10 bewaffnet sind und dich nicht leiden können. Ja. Ja. Warum wohl nicht? Ja. Der will unsere Spezies töten. Hm, wieso wohl nicht? Aber... Die behinderte Spezies, wohlbemerkt. Oh mein Gott. Zerstören zu dem Terrorformareaktor. Geil. Zerstören. So den ersten Level beschützen und diskutieren und den letzten Level zerstören. Und es muss brennen. Ich hab mich so. So. Gegner. 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 Ja, ja. Die kommen noch. Ja, ich bin eh nicht scharf drauf, aber... Je schneller sie tot sind, je schneller hab ich meine Ruhe vor ihnen. Ähm... Wir müssen irgendwelche Stromdinger kaputt machen. Wie immer. Wie immer. Kaputt machen. Wie immer. Wie immer. Kaputt machen. Aua. Oah. 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 Es fuckelt. Wie schlecht. Ich muss kotzen. Gehen wir auf die andere Seite. Gehen wir auf die. Ich komme auch gleich. Äh. Ah. Da sind die Gegner. Ich hab schon gut in der wo die ableiten. Da ist noch was größeres in der Mitte, ne? Ja. Sony. Au. Da. Genau. Stirb. Oh mein Gott. Wow. Wow. What the fuck. What the fuck. Was ist los? Das ist ein Koloss, man. Der wirft mit Sachen. Die tun nicht so gut. Wow. Was passiert hier? Was passiert hier? Der ich bekloppt, geh? Der ich bekloppt. Der ich bekloppt. Kannst du sagen was du willst? Der speeden wird. Der du bist. Ohhhh. Drück X. So. Nihilst. Nihilst. Nauf weg. Das Ding rennt mir nachher. Hilfe. Ah verdammt. Das Ding ist echt behindert. Ach was. Nihilst. 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 Neue Kategorie. Let's catch. Let's catch. Oh shit. Genau hier längst mal ab. Ich küre nicht um die Generatoren. Wenn ich sie denn mal finde. Ich fahre mir jetzt aber einfach. Ist genug. Ganz einfache andere Methode. Ich fahre einfach dafür, dass das Vieh jetzt stirbt. Ja langsam. Weil ich rotzatze schon eine halbe Stunde auf das Vieh ein oder so. Und ich wette du hast doch vor Ordnung oder eine halbe Stunde auf das Vieh eingesetzt. Ein bisschen. Tschüss. Es lebt noch. Es hat noch ein bisschen. Ja doch einfach. Jetzt aber. Es ist tot. Hallefucki. Jetzt kommt die letzte bisschen. Armada auf uns. Die müssen wir noch überleben Dennis. Dann haben wir es. Halleluja. Sehr begeistert. Wir müssen noch die. Wir müssen noch die. Die Brennstäbe in der Mitte kaputt machen. Das ist das kleine Riebe. Ja aber man kann es ja schon mal machen. Ja. Ich bin ja auch schon fleißig dabei. Ich glaube ich weiß wo du bist. Erlasse den Raum und geh auf die Plattform draußen. Dennis und ich sind so schnell wie möglich da. Ja dann ist gut. Da geht es lang. Lauf Dennis. Ich lauf. Lauf mein Gefährte. Katsi. tin ... toc.. ... Unendlich Muni ist doch was Todes, oder? Hammer. Hammer. Oh nein, wir fallen. Nein, wir hängen noch ein bisschen ab. Kann man hier eigentlich nicht sterben? Ich hab's ja nicht probiert. Ja, probier also gar einen raus, oder? Nein. Ich hab's denn nicht. Aber das ist eins der tollsten Gimmicks im Spiel. Nein, nein, hier, diese Szene hier. Die ist echt cool inszeniert. Finde ich persönlich. Oh, die Spiele fallen schlecht. Wenn jetzt jemand die Kignacotor wäre, dann wäre es okay. Wir haben's gleich, wir haben's gleich. Ich bin ganz froh, du magst keine Desplays mit mir machen. Ich hab's bemerkt. Doch, doch, mit dir schon, aber nicht zu solchen Spielen. Wer kann man nicht von uns beide auf die Idee? Andreas? Ähm, keine Ahnung, Dennis? Ah, ja. Ah, stirbt. Doch, ist ja, kann. Wir fallen. Juhu. Ah, atomisiert. Guck mal, wie stylisch an diesem Stahl, Stahl, an diesem Strahl vorbei. Ach, an diesem Stahlstrahl. Alex, wie sieht's aus? Achtung, Bürger von Baxter Springs. Wir erhalten Berichte von der Ostküste. In New York City ist etwas passiert. Eine Art heller Blitz am Himmel. Vielleicht gab es eine Explosion. Einige Berichten, die ganze Stadt sei verschwunden. Ordentlich stimmt das nicht. Aber hört zu, die Sonne scheint. Und die Temperatur steigt. In Philadelphia sind es 16 Grad. Untertitelung. Er ist 4,1 Seiten. Fertig Fertig Gott sei Dank Es hat mir echt Spaß gemacht Dann an der Seite zu sterben Spielen Zu kämpfen Kommt da nicht noch eine schöne finale K10 oder so Oder war das jetzt schon alles Ich glaube das war die Jetzt kommen nur noch die Credits Gut und während der Credits Was kommt natürlich bei den Credits nochmal Unser Abschied Also hoffe es hat euch gefallen Würden wir uns auch freuen Wenn ihr bei den nächsten Prack mal einschaltet Wir sind hier Kräftig am Durchstarten Ja Auf jeden Fall Auf jeden Fall Das nächste Projekt mit dem Kollegen Dennis wird Alien Colonians Marines sein Das werden wir auch zu viert spielen Wenn du das jetzt wisst Schauen wir mal Hoffentlich Wir müssen die anderen zwei noch dazu überredet bekommen Ja Auf jeden Fall Und ansonsten Kollege Dennis spielt jetzt noch Dead Space 2 Ja Auf Vorbereitung zu Dead Space 3 Das wird er dann auch nochmal spielen Bin ich auch fleißig dabei Kollege Flo wird dann hoffentlich bald Far Cry 3 anfangen Hoffentlich Währenddessen spielt er noch mit einer weiblichen Protagonistin Die er wahrscheinlich dann vorstellen wird Lego Herr der Ringe Mehr sage ich dazu nicht Mehr haben wir auch nicht ganz verraten Oder Und was habe ich persönlich Ich habe noch ein Solo Let's Play bald am Start Und zwar Mass Effect Ich werde die drei Reihen durchspielen Und die drei Teile Weil ich bin echt scharf drauf Irgendwie mal Vom Mass Effect 1 Bis zum Mass Effect 3 Durchzuspielen Und ansonsten War es das eigentlich auch Also es gibt nur noch zu sagen Schönes Ende Schönes Let's Play Viel Frosch teilweise Gerade am letzten Part Aber Andis hat mir sehr viel Spaß gemacht Mir auch mein Freund Mir auch mein Freund Bin auch ziemlich heiß auf unser nächstes Projekt Ich auch schon Ich auch schon Ich finde es einfach toll Und ja Hat mir Spaß gemacht wie gesagt Und Wenn es euch auch gefallen hat Daumen hoch Wenn es euch nicht gefallen hat Daumen runter Hinterläuft uns einen Comment Verbesserungsvorschläge Nehmen wir gerne an Wir sind für alles offen Und Wenn es euch wirklich nicht gefallen hat Dann lieber einen Daumen runter Wie gar nichts Weil das hilft uns auch weiter Ja Dann wissen wir was wir besser machen können Vielleicht unser Commentary verbessern Unsere Qualität verbessern Oder Irgendwas anderes verbessern Alles Wir würden uns auch freuen Wenn ihr uns abonniert Ist zwar jetzt keine Pflicht Aber wäre echt schön Und Ja Ich habe nichts mehr Ich bin fertig von meiner Seite aus Ich bin auch fertig von meiner Seite Wie gesagt Danke fürs Zuschauen Ich lasse die Credits noch weiterlaufen Vielleicht kommt da noch was Wenn ja schneide ich es dazu Wenn nein lasse ich es weg Wenn nein könnt ihr auch das Video Jetzt an der Stelle auch beenden Richtig In dem Fall Ciao Leute Wir sehen uns Man hört Ciao Viel Spaß